Musik Hallo und willkommen zu unserem Wunschlied heute. Heute, mitten im Advent, machen wir wieder auf diese besondere Zeit aufmerksam. In diesem Lied, das uns etwas erzählt von den Bräuchen. Seit dem 5. Jahrhundert sind die Christen unterwegs, um Advent zu feiern. Es ist eine geheimnisvolle Zeit. Eine besondere Zeit für die Kinder und natürlich auch für die Erwachsenen. Musik Wir feiern Advent, geheimnisvolle Zeit, denn Weihnachten ist nicht mehr weit. Wir feiern Advent, geheimnisvolle Zeit, denn Weihnachten ist nicht mehr weit. Wir schmücken den Kranz mit Tannengrün. Wir machen es uns richtig schön. Es verzaubert uns Kerzen und Tannenduft. Ja, Weihnachten liegt in der Luft. Wir feiern Advent, geheimnisvolle Zeit, denn Weihnachten ist nicht mehr weit. Seit dem 5. Jahrhundert feiern schon die Christenbein Advent. Wir freuen uns, wenn vor unserem Haus die Lichterkette brennt. Wir feiern Advent, geheimnisvolle Zeit. Denn Weihnachten ist nicht mehr weit. Wir feiern Advent, geheimnisvolle Zeit, denn Weihnachten ist nicht mehr weit. Gott macht sich auf den Weg zu uns in einem kleinen Kind. Und er sagt uns auch in dieser Zeit, dass wir nicht alleine sind. Und er sagt uns auch in dieser Zeit, dass wir nicht alleine sind. Wir feiern Advent, geheimnisvolle Zeit, denn Weihnachten ist nicht mehr weit. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von abakusmusik.de. Wir feiern Advent, geheimnisvolle Zeit, geheimnisvolle Zeit, geheimnisvolle Zeit. Geheimnisvolle Zeit. Geheimnisvolle Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020